Und damit Moinsen zu, ja, einem Mix, oder was heißt ein Mix, 90% VfB-News, 10% Vorbrich so ein bisschen, äh, vor unserem Spiel morgen beim PVB, ähm, wir machen erstmal ein bisschen was zum Thema Bielefeld noch ganz, ganz, ganz kurz, ähm, ein paar Aussagen haben wir von Minister Tatt und Hitzesberger, wir haben ein paar schöne News, äh, wir haben ein paar natürlich jetzt, Stadion, Regelung, Corona, schieß mich tot, und am Ende kommt auch der Start-Elftipp hier drin verpackt, ähm, sowie der Spieltag getippt, auch hier drin verpackt quasi, ähm, könnte es öfter so sein, dass es, dass ich es so mache, weil wir hatten ja schon quasi den Vorbrich im großen Stile mit den Pölers, da sehr gerne nochmal das Video abchecken vom Mittwoch, war sehr gerne nochmal das Ding, fürs Spiel morgen, ähm, und einfach, ja, einerseits die Krankheit, mir hört es vielleicht noch ein bisschen, also das heißt krank, bin eigentlich fit, ich huste halt dumm vor mich hin, einfach ein nerviger Reizhusten, der sich einfach nicht löst aktuell, ähm, und eben vor allem das Ding, ich merke es langsam, ich habe es ja auch schon lange genug so durchgezogen, so, ich mache es ja seit September schon, aber ich merke langsam, dass es halt wirklich, keine Ahnung, nicht krass bockt und irgendwie auf Dauer auch wirklich anstrengend ist, dann halt, keine Ahnung, acht, neun Stunden Homeoffice am PC zu machen für den Job, fürs Praktikum, danach dann nochmal zwei, drei Stunden für YouTube weiter am PC zu hocken, so, das ist bestimmt auch so doof, das klingt auch ein Grund mit dafür, dass ich hier, mir gefühlt alle drei Wochen irgendeine Erkältung einfange, weil ich einfach, ja, dadurch so ein bisschen selbst verschuldet kann, nicht genügend Bewegung, whatever, ne, ähm, und einfach auch zeitlich sowieso, dass einfach viel zu eng ist, ich habe lange durchgezogen, auch während dem Diakonie-Ferien-Shop im August habe ich es voll durchgezogen, in irgendwelchen Teilschichten, in Pausen da irgendwie durchgezogen, aber, ja, was heißt hinten anstellen, würde ich es auch nicht nennen, aber ich mache jetzt einfach die Videos, wenn sie zeitlich klappen und wenn ich auch richtig Bock drauf habe, weil es ist leider auch so ein mini kleines Gefühl geworden, vor allem Richtung Bielefeld, deswegen kam da auch kein Nachbericht, ähm, da war ich auch noch kranker so, aber auch deswegen kam da kein Nachbericht, aber weil ich es ja ein bisschen gemerkt habe, ey, keine Ahnung, das wäre jetzt wirklich arg, ja, von mir selber quasi aufweckt, am Motto, ey, zur Fülle, damit alles rund ist, rund ums Spiel, muss jetzt noch ein Nachbericht kommen, so, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt hätte, da eins zu machen, ähm, nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass jetzt sein könnte, dass es sehr wahrscheinlich so ist, dass ich nicht unbedingt jede Woche fünf, sechs Videos raushaue, sondern eben nur zwei, drei, kann es auch passieren, dass ich ein paar Mal reinhuste, ich hoffe, das ist nicht allzu krass laut, ähm, aber wir fangen an mit Bielefeld, ähm, das war eine miserable Vorstellung des VfB, nach dem 1 zu 4 im FCA hätte ich mir eine andere Reaktion der Mannschaft gewünscht, es scheint da noch nicht möglich zu sein, es fehlt zu viel Qualität, die Nachrücker sind überfordert, manche nicht gut genug durchhalten, passt, glaube ich, war wirklich nicht schönes Spiel, ne, ähm, er hat auch recht, übrigens gute Reaktion, da kann schon der Kurve gestern kurz die Enttäuschung rausgepfiffen, dann aber gleich wieder lautstark die Mannschaft aufgebaut, da haben wir in den letzten Jahren ganz anderes gesehen, aber nur so geht's, gemeinsam aus einer schwierigen Situation bin ich voll dabei, der Support damals war auch wirklich vollkommen in Ordnung, da muss man immer noch ein bisschen dazu sagen, dass es natürlich offiziell Maskenpflicht gab und auch weiterhin gibt, wegen Alarmstufe und Schießmichtod, aber die hat im Stadion, ja, da hat sich leider wirklich quasi keiner dran gehalten, ich kann mich zu den Leuten zählen, der sich dran gehalten hat, aber der Rest, gerade im Stehblock, da hat sich keiner dran gehalten und da braucht dann auch kein Security-Typ irgendwie reinzulaufen und sagen, ey, setzt mal bitte die Maske auf, weil das hat einfach kein, das hat keinen Sinn, das hat keine Zukunft, so, da zieht keiner eine Maske auf, ja, kann man davon halten, was man will, ähm, Noten vom Kicker, selbes Thema, kann man davon halten, was man will, Predlotte 3 bekommen, Anton 3 bis 4, Ito 4 bis 5, Mola 4 bis 5, Karaso 3 bis 4, Mangala 3 bis 4, Endo 3 bis 4, Sosa 3, Natai 4 bis 5, Davi 3, Massimo 4 bis 5, mit der beste war ja Sosa, ähm, in dieser, ja, spaßigen Idee auf rechts, die aber durchaus ja gar nicht so verkehrt war, Schiri hat eine 2 bekommen, Chancen 2 zu 5 für Bielefeld und Fazit vom Kicker, aufgrund der Chancen am Schluss verdienter Sieg, ja, und damit hakt man das grauenvolle Spiel ab gegen Bielefeld, ähm, obwohl, ich kann, ich kann ja hier noch ein bisschen dazu was quatschen, also ich fand's wirklich schon von Beginn an sehr, sehr wild, dass du da wirklich mit Didavi und Massimo so ein bisschen als einzige Stürmer agiert hast, das war schon sehr, sehr wild und es, ja, war wieder über weite Strecken einfach offensiv viel zu wenig, auch oft dieses Gefühl gehabt, dass man halt auch selbst gegen fucking Bielefeld diesen scheiß Ball mal wieder ins Tor tragen will, das hat mich an alte Zeiten erinnert, wo man einfach diesen Ball, man schließt nicht ab, ne, man hätte auch nicht das Positivbeispiel gehabt in Augsburg, wo dann, glaube ich, führig auch der Einzige war im gesamten Spiel, der mal abgeschlossen hat aus der Entfernung und zack war er drin, das habe ich gefühlt nicht einmal gesehen, ich glaube, Didavi hat einen Abschluss oder so aus der Ferne, aber sonst gefühlt nicht einmal gesehen im gesamten Bielefeldspiel, da will man Bälle ins Tor tragen, wie man nur will, ein Beispiel ist vielleicht ein bisschen in böse Richtung Klement, der war auch nicht ganz einfach zu nehmen, aber dem ist auch eine Sekunde vor Schluss gefühlt oder mit der letzten Aktion, fliegt dem der Ball 5 Meter frei vor die, oder was heißt frei, aber 5 Meter vor die Hütte fliegt dem der Ball hin, er will ihn erstmal annehmen, da musst du rangehen an diesen Ball und den mit 200 kmh von mir aus mit dem Torwart irgendwie versuchen reinzujagen, ne, er steht da und will den Ball erstmal annehmen, das klappt nicht, Bielefeld schlägt den Ball weg und dann war Abpfiff, ja, aber das ist jetzt mein einziger Rage zu dem Spiel noch, wir machen ein paar schöne Meldungen durch quasi zum VfB, nämlich Anton bis 2025 verlängert, ich habe mir das Video irgendwann mal angeschaut, ich habe die Aussage da drin nicht unbedingt gefunden, die hier der Twitter-User geschrieben hat, viel geiler, die beiläufige Misslinder-Aussage zum Maverpanus ab Sommer auch für weitere drei Jahre, ja, aber das wusste man glaube ich eh schon, das hat er ja im Sportsstudio schon gesagt, dass Maverpanus ab Sommer für drei Jahre kommt, das heißt auch er bis 2025 genauso wie auch Anton, wir machen bei Verlängerungen weiter, Mohamed Sanko, das ist dann ziemlich aktuell dann von gestern, langfristige Verlängerung mit dem Pre, 18 Jahre alt ist er jetzt und hat bis 30. Juni 2026 verlängert und natürlich erstmal ein schönes Zeichen an ihn, wir gehen den Weg weiter, auch trotz der Verletzung und so weiter, aber ich würde auch mal sagen, es gab ja auch die Newsclub drin gehabt, dass die erste OP so gut lief, dass die zweite scheinbar nicht mehr nötig ist und ich glaube auch, dass man so einen Schritt nicht geht, wenn man merkt, okay, der Typ ist kurz vor Sportin valide, also ich glaube, dass es auch so ein bisschen ein Zeichen dafür sein könnte, dass die, ja, dass sein Verlauf, sein Krankheitsverlauf, Genesungsverlauf, wie auch immer, auch nicht allzu schlecht unterwegs ist, nicht allzu schlecht unterwegs, ich liebe diese Überleitungen, ähm, war Matarazzo selber im Training, ähm, da haben wir hier ein paar geile Bilder mit drin, wie gesagt, ihr habt wieder alle Links im Sammellink in der Videobeschreibung drin, klare Geschichte, auch immer chronologisch, ne, ich gehe die genauso chronologisch durch, ähm, ja, Matarazzo ist einfach ein weiterer Trainingskollege geworden, ein Abwehrspieler im Training geworden, gibt's geile Bilder, hat sich mit den Leuten angelegt, äh, hier gegen Klimovic, dagegen Kulibali und so weiter, einfach auch wieder sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr schön, auch sehr schön, Borna Sosa hat quasi mit dafür gesorgt, mit seiner Flanke, ich glaube, die ist an einem Eigentor resultiert, ähm, dass Kroatien sich die Teilnahme an der WM gesichert hat in der Landesspielpause, auch ein sehr, sehr schönes Ding und was man auch aus der Landesspielpause sagen kann, ich meine, klar, ich glaube, Massimo ist gerade jetzt unbedingt abgereist, aber da kam jetzt auch nichts mehr von wegen, er wäre weiter krank oder so, also ich glaube, der war wieder auf dem Platz und alles, ne, ähm, auch noch so, es ist keiner verletzt zurückgekehrt oder keiner mit Corona-Fall oder sonst was zurückgekehrt aus der Landesspielpause, was selber als VfB schon mal ein schönes Zeichen ist, ähm, genauso auch wie bei Kalajcic, da kommen auch schöne Zeichen, hier quasi aus dem Haus, weil bin ich ja gerade im Praktikum bei Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, äh, haben sie geschrieben und ein Interview mit dem Kollegen gehabt, ähm, Schulterhalt gut, ähm, wieder individuell beim Trainieren und so weiter, ab Ende September dann normales Mannschaftstraining und Comeback gegen Fürth in der Rückrunde ist weiterhin so ein bisschen das Ziel, ähm, ja, also er gibt auf jeden Fall absolut alles dafür, ne gute Kalajcic, dass er wieder am Start sein wird, man hat es jetzt schon gesehen, von gestern auch hier, Step by Step, Kalajcic auf dem Rasen, am Ballen mit dem Reha-Trainer Martin Franz, auch einfach ein schönes Bild, ähm, auch sehr, sehr geil, Kuzma Beste, ähm, Strafen Kuzmanowitsch auf Twitter hat er geschrieben, viele Leute fragen mich immer wieder, wo war es am schönsten in meiner Karriere, meine Antwort ganz klar beim VfB, 127 Spiele für den Verein, wo ich am meisten schätze und liebe, danke für die schöne Zeit, hat am 9. November geschrieben, da habe ich dann danach, habe ich auch drauf geantwortet, mit meinem guten alten Kuzmanowitsch-Trikot drauf, ähm, ein Bild davon geschossen von hinten, weiß gar nicht, von welcher Saison das war, es war dieses, dieses grün-rote quasi, ähm, hat Kollege einfach mal genommen und retweetet, einfach Ehrenmann, guter Kuzmanowitsch, und das ist, glaube ich, der Tweet auch bei mir, also, ich tweetere jetzt nicht so krass oft, ne, also, das ist dann meistens einfach nur hier, neues Video online, aber auch der Tweet mit den meisten Likes, glaube ich, bei mir mit 43, was natürlich auch nicht die Welt ist so, aber, das war schon ein cooles Ding, vor allem, dass er es eben genommen hat und, äh, retweetet hat, ähm, das Bild von seinem Trikot bei mir, ähm, genau, gehen wir weiter mit Missentat und Hitzberger Aussagen, ich glaube, wir fangen mit Missentat an, äh, zu viel Verantwortung, Missentat schützt VfB Youngster natürlich absolut recht, finde ich, wir haben ein paar junge Spieler, die gerade für ihr Alter zu viel Verantwortung übernehmen müssen, das merkt man ihnen an, ähm, auch eine wichtige Aussage danach, äh, beim SBR war es, eines, einen sicheren Klassenerhalt gibt es für Klubs, für den VfB nicht, äh, auch ein Interview geführt, über Platz 15 natürlich, und so weiter und so fort, ähm, aber ja, wie immer, sagt, viel Richtiger ist der Gute, da könnt ihr euch natürlich nochmal genauer durchlesen, dass ihr das Interview da Bock drauf habt, aber ich glaube, die Kano-Sage passt auch da, ich glaube, keiner kann bei uns in die Saison gehen und sagen, ey, wir steigen auf jeden Fall nicht ab, also, gerade mit so einer Scheiß-Situation gerade, ähm, das können auch einfach, sind einfach Faktoren dann dabei, die uns, Klubs wie uns dann natürlich noch mehr kaputt machen, als andere Klubs dann vielleicht noch mehr Mittel haben, noch mehr Kaderbreite und Kaderqualität vor allem haben, ähm, auch sehr interessant, Missing hat plant nicht mit Neuzugängen im Winter, wir haben aktuell keine Zugänge geplant, normalerweise sind im Januar alle Spieler wieder fit und der Konkurrenzkampf wird dementsprechend intensiver, wenn tut sich eher etwas auf der Abgabeseite, da gibt es ja auch Stenzel oder auch einen Klement oder auch einen Tommy und sowas, aber hat er ja auch absolut recht, jetzt haben wir ja auch, werden wir dann gleich in der PK oder die PK, die ich mit reinnehme für meinen Startelf-Tipp, ähm, werden wir sehen, gegen Dortmund noch nicht absolut, noch nicht alles wieder da, logisch, aber viel wieder da, vor allem gegen Mainz dann und die Woche drauf, also, auf jeden Fall Richtung Öffnung und Zeit des Transferfensters im Winter sollte bis auf Kalajdzic dann quasi wieder alles dabei sein, wenn es normal läuft, ähm, wir hüpfen rüber zu Aussagen von Thomas Hitzesberger, Russland ist nach 2018 auch nicht demokratischer geworden, hat eine krasse Aussage getätigt zum Thema umstrittene WM in Katar, kann man auch sagen, ne, also ist auch durchaus nicht falsch, ähm, äh, hat einfach nur gesagt, also er hat sich nicht die WM in Katar krass, äh, kritisiert so, ich glaube, die meisten wissen, dass das nicht geil ist, dass die in Katar ist, äh, aber hat er gesagt, ein bisschen Ehrlichkeit wäre schöner, nicht hier nach dem Motto, ähm, ja, wir kommen da hin, auf einmal wird Katar das schönste Land der Welt und macht riesen Fortschritte so, eben mit dem Beispiel, dass es in Russland auch nicht besser wurde, er hat gesagt, ja, einfach ehrlicher sein und eben knallhart sagen, die arabische Welt ist ein wichtiger Markt mit potenten Sponsoren, sie haben eine tolle Bewerbung abgegeben, also spielen wir da, ähm, finde ich gut, jetzt ist es bei einer klaren Aussage, ähm, was sich auch jetzt hier klar geklärt hat, ist die Geschichte mit dem Marketingvorstand oder Ex-Marketingvorstand Röttgermann, die haben sich außergerichtlich, äh, nun nach Entlassung und schieß mich tot, das war ja alles noch in der richtigen, ähm, Datenaffäre noch, äh, haben sich außergerichtlich geeinigt, bereits im April scheinbar, oder, lese ich das gerade falsch, ähm, ne, ich lese, ne, das war ein anderer, mag ich gleich, Uwe Fischer mit dem, auf jeden Fall haben sie sich da außergerichtlich geklärt, ich weiß nicht, ob da noch viele Scherben übrig sind in Richtung Datenaffäre, ich weiß nicht, wie viel da noch läuft gerade im Hintergrund, äh, was ich jetzt gar nicht hier drin habe, was ich als Quelle aber auch gelesen habe, ist natürlich auch so Themen wie ESECON-Bericht und sowas, da hieß es immer von Vogt und so, dass wir das alles sehen werden, wenn alles wieder okay ist oder wenn alles sich, ja, gerichtet hat, haben wir bisher nicht gesehen, weiß aber auch nicht, ob da jetzt der Schrei groß ist von den Fans, jetzt dann noch Sachen zu bekommen von damals, aber natürlich komisch, weil das habe ich auch noch im Kopf, dass es die Ansage gab, jo, ihr kriegt das alles zu sehen, was hier so kam, haben wir bisher nicht, ähm, das ist natürlich die aktuellste von Hitzesberger, auch von gestern, er warnt vor erneuter Senkung der Zuschauerzahlen, Fußballspiele keine Pandemietreiber, ähm, ja, ja, weil da war ja nicht, oder ist, wir kommen gleich noch zu den Maßnahmen zu sprechen, sagen wir es so, ähm, aber da war ja noch nicht ganz klar, ob wir vielleicht tatsächlich wieder auf Geisterspiel und so weiter zurückgehen, ähm, und Hitzesberger meinte hier auf jeden Fall, dass die Fußballspiele kein Pandemietreiber sind, das würden sowohl die Zahlen in Stuttgart als auch in der gesamten Liga zeigen, äh, gab es auch die Studie, habe ich glaube auch mal hier im Podcast gesagt, dass da gefühlt aus sechs Spieltagen irgendwie nur sechs Stück nachverfolgt wurden, äh, sechs Fälle, ähm, aber, schreibt der Kicker auch richtigerweise, das hatten wir natürlich die ersten Saisonspieltage, als die Infektionszahlen weitaus geringer waren und auch im Thema Stadion und Verantwortung und sowas habe ich auch gesagt, das wird auch gegen Mainz nächste Woche so sein, weil wir in einer Alarmstufe sind in Baden-Württemberg, gesagt, es gilt eine Maskenpflicht, auch im Stadion, auch am Platz, aber gegen Bielefeld und ich glaube gegen Mainz wird es auch nicht besser, hält sich kein Mensch dran. So, es ist schön, dass da nur zwei Gegeneute rein dürfen, vermute ich noch mit Testen nächste Woche, wie gesagt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ähm, aber ja, inwieweit kann dann Hitzesberger sowieso gar nichts für, aber auch, auch Ordner und so ist halt immer schwierig, aber muss man wieder an jeden Menschen selber appellieren, dass man sich eben an sowas dann auch hält, ne, aber gegen Bielefeld hat sich da absolut keiner dran gehalten. Ähm, was eine Aussage ist, die man durchaus, glaube ich, mitgehen kann, ist das Thema Impfkampagne, nämlich es würde die Impfkampagne konterkarieren, wenn Geimpfte und Genesse nicht ins Stadion dürfen. Auch ein großes Argument von vielen am Motto, ey, wofür habe ich mich jetzt überhaupt geimpft, wenn es dann wieder Stadion schließen und so weiter. Also tendenziell, rein vom Prinzip her, stimme ich ihm da, glaube ich, zu, weil, keine Ahnung, wieder alle ausschließen und dann immer sagen, ey, 2G, das funktioniert und impft euch, dann könnt ihr wieder Stadion und so weiter. Ähm, ja, wenn man dann wieder sagt, ey, wir machen wieder Geisterspiele, natürlich ist es dann so ein bisschen kontraproduktiv, dann haben natürlich noch ein paar mehr Leute. Ihr könntet so sagen, ey, guck mal, jetzt dürfen die Geimpften auch nicht rein, das hat auch nichts geholfen, also muss ich mich auch nicht impfen lassen, so auf die ganz stupide Art und Weise. Aber natürlich muss man da noch ein Stückchen weiterdenken, glaube ich, und ich glaube, das sollte sich der Fußball dann trotzdem auch weiterhin ein bisschen, ja, im Hintergrund halten, auch wenn man natürlich dicke, dicke Einbuße hat. Wir sprechen aber hier wieder von 2 Millionen pro Heimspiel in der Geisterspielphase, die wegfliegen und gegen die Bayern zum Beispiel waren es sogar 4 Millionen, weil eben natürlich da die Tickets nochmal ein bisschen teurer sind. Ähm, gehen wir auch direkt ins Thema rein. So ein bisschen Heimspiele, Verordnung, schieß mich tot. Ähm, das erste hat mir erstmal nichts mit Corona zu tun, oder auch so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Rückkehr des Heimvorteils, hat die Sportschau getweetet, auch ein bisschen her schon. Ähm, es gab 15 Heimsiege mehr nach 10 Bundesliga-Spieltagen im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, also ja, vielleicht ist sowas wie die Heimstärke mit Fans und so weiter wieder zurückgekehrt. Ähm, ja, schwierig. Man muss ja auch die Spieltage für Spieltage irgendwie dann vergleichen, blablabla. Aber auf jeden Fall eine interessante Geschichte, finde ich. Ähm, was auch sehr interessant zu sehen war. VfB am 15. November hat getwittert über den Service. Das sieht man natürlich auch auf der Ticketseite selbst dann. Der Ticket-Vorverkauf für unser Heimspiel gegen den FC Bayern München wird verschoben. Der neue Termin wird so bald wie möglich bekannt gegeben. Das war noch dann davor, äh, vor der Ministerpräsidentenkonferenz und den ganzen Beschlüssen und so weiter. Einfach so ein bisschen wahrscheinlich die Vorsichtsmaßnahme nach dem Motto, warte mal, gucken wir mal. Passiert da was? Ist vielleicht sogar Geisterspiel, müssen wir da mit, ähm, ja, begrenzter Zuschauerzahl agieren und so weiter. Sieht zunächst erstmal nicht so aus. Ähm, interessantes Thema ist hier auch 2G natürlich generell wieder. Aber natürlich im Stadion sowieso. Ähm, aber eben auch, ich glaube, das wirst du da auch gefühlt nicht durchführen können. Ist auch in der, äh, die Thematik dann bei halt Berufen wie Altenpflege und so weiter, dass du da wirklich eine richtige Impfpflicht einführst und sowas. Ähm, aber sonst geht er weiter am Arbeitsplatz 3G, so auch für die Fußballprofis. Aber nach Willen der Länderchefs soll es wohl auch eine, für Fußballprofis die 2G-Regel geben. Ähm, was auf jeden Fall definitiv interessant wäre. Rechtliche Umsetzbarkeit muss geprüft werden, ist klar. Ähm, wäre natürlich sehr interessant, weil bei uns haben wir natürlich auch noch einige Kandidaten, wie man merkt, ähm, oder generell in der Bundesliga einige Kandidaten. Wohl, bleiben wir aber bei uns. Bei uns haben wir einige Kandidaten auch noch, die natürlich nicht geimpft sind. Ähm, das wäre natürlich dann auch dadurch direkt, keine Ahnung, wenn sie sich weiterhin weigern, dann können sie halt nicht spielen. Das wäre halt schon ein ziemlich krasser Schritt. Auch jetzt beispielsweise, ich will das Thema nicht auf seine Glocke hören, aber auch beispielsweise Kimmich, dafür würde auch den Bayern auch einen absolut riesen, riesen Faktor wegfallen. Ähm, beispielsweise. Ähm, aber damit würden die Fans so ein bisschen ihren Willen oder auch so ein bisschen den logischen Willen dann auch bekommen nach dem Motto, ey Jungs, wenn wir ins Stadion kommen, müssen wir mit 2G hocken. Aber die auf dem Platz immer zugucken, die können dann mit 3G und dorthin hüpfen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob da was in die Richtung passiert. Ich kann es mir aber tatsächlich eher schwieriger vorstellen, dass wir wirklich eine Impfpflicht oder halt irgendwas in die Richtung 2G-Pflicht bei den Fußballprofis hinbekommen. Ähm, aber wir haben ja generell, hat sich auch Baumgart zugeäußert, äh, Köln-Trainer, ähm, haben wir in der Bundesliga über 90% Impfquote. Also, ich glaube, so krass. Es wird in Einzelfällen weh tun, aber wir sind da, glaube ich, in der Bundesliga, was Impfquote angeht, äh, ja, nicht das große Problem. Also, ich meine, wenn wir in Deutschland, hat er auch gesagt, glaube ich, wenn wir in Deutschland auch über 90% Impfquote hätten, wie im Profifußball oder im Bundesliga-Bereich, dann hätten wir keine Probleme, doof gesagt. Dann wäre das Thema gefühlt fast gegessen mit so einer hohen Impfquote im Land dann. Ähm, wir sind jetzt hier bei dem Thema 2G+, ähm, weil es ist ein neues Thema Hospitalisierungs-Inzidenz. Ich meine, wie gesagt, ich bin hier absolut kein, kein Experte, kein gar nichts. Ich mache im Praktikum, mache ich Corona-Daten noch und nöcher, sei es unsere Online-Stücke, unsere Online-Artikel jeden Tag oder dann auch Print, also halt, ähm, für unsere Print-Ausgaben und so weiter. Also, ich bin so ein bisschen in der Thematik drin oder zumindest habe ich ständig und jeden Tag mit Werten zu tun und mit Zahlen zu tun und alles und mit tausenden Excel-Tabellen und hier und da. Ähm, aber Hospitalisierungs-Inzidenz ist erstmal das Interessanteste jetzt aktuell. Über 3 bedeutet, im Bundesland ist flächendeckend 2G und eben über 6 gilt im Bundesland flächendeckend 2G+. Und da wir das, ja, muss man gucken, aber wir sind zumindest nah dran und kann sehr wahrscheinlich so sein, dass wir nächste Woche gegen Mainz zum Heimspiel diese, ja, 6er-Inzidenz oder diesen 6er-Index, ähm, übertreffen. Würde bedeuten, wenn du am Freitag in Stadion willst, nächste Woche gegen, ähm, gegen Mainz am Freitagabend, brauchst du eine Impfung oder einen Genesenen. Ich weiß gar nicht, wie es bei Schülern ist, ob die weiterhin, aber gut, wahrscheinlich ist Schüler weiterhin einfach so, ne, mit Schülerausweis und so weiter. Aber ich spreche nur von den Leuten, auf die wirklich 2G richtig antrifft, ähm, genesen oder geimpft, plus obendrauf brauchst du einen, ähm, Schnelltest, der in den letzten 24 Stunden war. Bedeutet, für alle Arbeitnehmer und so weiter, spiel ist Freitagabend um 20.30 Uhr. Das könnte ein bisschen spaßig werden, sich da irgendwo noch einen Termin zu snacken. Ebenen ist ja kostenlos, ich glaube zumindest der eine Bürgertest ist kostenlos. Aber natürlich auch nochmal ein ganz neues Fass dann aufgemacht, ne, also so, es tut mir nicht weh, also ich finde das auch wirklich mit die vernünftigste Lösung, genesen, geimpft, plus getestet. Ich glaube, gefühlt sichere geht es fast nicht, auch wenn da die Thematik auch groß ist, dass diese Schnelltests natürlich auch nicht perfekt sind, ähm, aber es tut nicht weh, dass man jetzt irgendwo noch einen Test machen muss. Wo es nur weh tun könnte, weil dann in Sachen, wenn du wirklich mal positiv getestet bist, dann tut es erstmal weh, weil du natürlich erstmal die Quarantäne und alles und Corona an dir hast, ne, logischerweise aber auch ein Thema Weitergabe, ne. Wie machst du es mit deinem Ticket? Weil wenn du jetzt mal Real Talks hast, ich komme unter der Woche nicht zu, ich gehe am Samstag 15.30 Uhr im Stadion, ich gehe am Samstag um 11 Uhr, gehe ich zum Test und der kommt positiv zurück. Dann komme ich ja erstmal nicht ins Stadion. Dann musst du hoffen, dass du noch irgendwie einen Kollegen findest, ähm, der genesen oder geimpft ist, plus der irgendwie zwischen 11 und 15.30 Uhr noch irgendwie einen Schnelltest hinbekommt vorm Spiel rechtzeitig, der dann gilt und der eben negativ ist, damit der dein Ticket übernimmt. Sonst hast du halt dadurch gesehen, so ein bisschen, ja, dann dein Geld aus dem Fenster geschmissen, dein Ticket aus dem Fenster geschmissen. Also die Gefahr ist ein bisschen höher. Ich meine, das ist eine gute Gefahr, sag mal so, weil es ist gut, wenn du Leute positiv rausschnell testest, bevor sie einfach, wie es ja sonst war, einfach nur mit zwei Gensteinen reingelatscht sind und keiner wusste genau, was jetzt gerade Sache ist bei dem, bei der Person. Aber natürlich ist dann für, in Sachen Weitergabe, Ticketweitergabe, könnte es natürlich problematisch werden, ähm, in manchen Fällen rein zeitlich, ähm, aber bei uns ist zumindest erstmal nicht vorgesehen, dass sich irgendwas tut in Sachen Kapazität, also weiterhin 2G, volle Auslastung möglich, aber wir kriegen ja gerade auch nicht mehr voll als so 30, 33.000 mit dem Höchstwert gegen Bielefeld, also, ähm, so sieht's da aus. Mal gucken, ob das so bleibt. Mal gucken, wie sich die Zahlen entwickeln. Würde mich auch nicht wundern, wenn wir zurückgehen auf eine gewisse Anzahl von Kapazität, so wie es in Bayern der Fall ist. Ab nächster Woche wird, ähm, ja, beschränkt. Kapazitäten auf maximal 25 Prozent. Auslastung bedeutet, ähm, ab nächster Woche, ab Dienstagnacht scheinbar, bis vorerst zum 15. Dezember gilt, ähm, dann zum Beispiel bei Bayern München, dass nur 18.750 Zuschauer in die Arena rein dürfen und auch das unter 2G plus, also da brauchst du auch wieder geimpft, genesen, plus Corona-Test. Aber ja, ich meine, gut, was willst du auch groß machen? Ähm, ist vielleicht so ein bisschen Augenwink, weil sowas könnte bei uns vielleicht auch passieren. Es ist, glaube ich, so erstmal nicht vorgesehen, aber es könnte bei uns auch passieren, ähm, dass wir wieder zurückgehen, was Kapazität angeht und Auslastung angeht. Aber gut, was willst du in der aktuellen Lage auch machen? So, ähm, wir gehen mal weg von dem Thema. Wir gehen zu zwei schönen Throwback-Geschichten. Ähm, natürlich auch gerne gerade bei solchen, was heißt kontrovers, aber gerade bei solchen hochdiskutierten Themen, sehr gerne ab in die Kommentare und zu allen Themen, die ich hier bespreche, natürlich ab in die Kommentare, ähm, gebt da euren Senf dazu, ein bisschen ab zu den News hier und zu meinen Meinungen. Äh, erster Throwback heute vor vier Jahren, also nicht genau heute, aber vor zwei Tagen vor vier Jahren, am 17. November, ähm, ja, war das schöne 2-1 zu Hause gegen Dortmund und der Hannes Wolf, Aufstiegs-Saison 2-1 gewonnen, Akolo, fünfte Minute, Elfmeter, Nachschuss, äh, Philipp in der Halbzeit, äh, ja, Nachspielzeit der Halbzeit, sag mal so, und dann Prekalo, ein 50. abgefälschtes Ding, ähm, 2-1 Heimsieg und damals war dann bei Dortmund, glaube ich, Peter Bosch-Trainer, das war natürlich auch auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr schöner Aufstieg, äh, Aufstieg, äh, Sieg nach dem Aufstieg gegen BVB zu Hause, war was sehr Besonderes, war auch ein Freitagabendspiel, so wenn ich mich da erinnern kann. Ähm, und natürlich der andere, auch ein wunderschöner Throwback, von der Sportschau, könnt ihr natürlich auch gerne suchen, entweder in Links oder einfach auf Instagram gehen bei der Sportschau, äh, die haben kurz zusammengeschnitten, das 1-5 war natürlich letztes Jahr beim BVB, das 5-1, ähm, Wiederholungsbedarf, ähm, Wiederholungsbedarf, auch wenn ich das natürlich eher spielig sehe und damit haben wir die, haben wir den Übergang zum aktuellen Dortmund-Spiel gefunden, das wird, glaube ich, wenn ich gerade auf die, ja, Uhrzeit oder auf die Länge hier schaue, eine recht lange Folge, aber ihr habt ein bisschen Zeit hier von Freitag auf Samstagmittag, euch das noch anzünden oder auch noch nach, natürlich gerne, ähm, wir gehen erstmal die Pressekonferenz Aussagen durch, dann machen wir Mannschaft oder Startelf-Tipp und dann machen wir Prognose. So, zur Personalsituation, Chris Führig und direkt Tommi fallen für BVB, VfB aus, sehr schade, gerade bei Führig, Tommi spielt da eh nicht, so doof es klingt, äh, Silas ist auch leider noch keine Option für das Spiel, ist schade, aber ist okay, er hat auch gesagt, es dauert noch ein paar Tage, bis er spielen kann, wir wollen kein Risiko eingehen, völlig in Ordnung, dann kriegt er wahrscheinlich sein Comeback, sein emotionales Comeback vermutlich, äh, nächste Woche gegen Mainz vor, kann irgendwie vielen Zuschauern, aber wird trotzdem, glaube ich, ein sehr geiles Ding, wenn er eben da seine drei Minuten bekommt oder whatever, ne, äh, Mafapanos kehrt zurück in den Kader, ähm, hinter dem Einsatz von Mammusch und Kempf steht noch ein Fragezeichen, bei Mammusch hieß es ja auch lange, äh, ähnlich wie bei Silas, wenn überhaupt, dann ein Kurzeinsatz, ja, deswegen sind das auch schon mal keine Kandidaten für eine Startelf, würde ich einfach mal so rauslesen, ähm, oder ich glaube, Kempf noch eher, Mammusch glaube ich fast nicht, ähm, und auch zum Auswegigen in der letzten Saison, es ist ein zweischneidiges Schwert, einerseits darf das 5 zu 1 keine Erwartungen wecken, andererseits gibt uns das Ergebnis auch Mut für das Spiel morgen und, äh, natürlich sind es zwei unterschiedliche Situationen, die man nur schwer vergleichen kann, ja, geil, das ist ja genau die gleiche Aussage, egal, haben wir doppelt genommen, ähm, Nachwuchsspieler, Alu Kohl und Alexis TBD, beide haben einen guten Eindruck hinterlassen, nicht nur im Training, sondern auch im Testspiel, das ist schon ein bisschen Augenblick, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da morgen einer, wenn ich sogar beide im Kader sind, Startelf wäre sehr wild, ich meine, wir können es hinzutrauen mit unserem Altersschnitt, dass du da auch die einfach vorne reinschmeißt und komplett auf Jugend forscht gehst und so nach dem Motto, wir haben absolut nichts zu verlieren in Dortmund, scheiß drauf, aber ich glaube eher, dass die, ähm, in Kader rücken, was aber auch schon mal cool genug wäre, ähm, und Manerazzo auch, wir freuen uns extrem auf das Spiel und die Intensität der Zuschauer in Dortmund, es ist immer, sag mal, es ist immer ein besonderer Moment dort zu spielen, wir haben genug Qualität und den Glauben an das, was wir können, es geht darum, dass wir unsere Stärken in 90 Minuten abrufen, 100%, Dortmund ist eine Mannschaft, die sehr kompakt verteidigt und ein starkes Gegenpressing hat, das Spiel durchs Zentrum auf dem Weg zum Tor zählt zu einer ihrer großen Stärken in der Offensive, eine große Stärke, die natürlich fehlt, ist ihr Brauterling Haaland, ähm, aber es gibt auch Phasen im Spiel, die wir für uns nutzen können, wir glauben an unsere Stärken und daran, dass wir ein gutes Spiel machen können, wir freuen uns auf das Spiel morgen und das Letzte noch, wir arbeiten gut im Training, man spürt, dass jeder bereit ist, die Fehler seiner Mitspieler auszubügeln, wichtig, ähm, das uns sehr wichtig, äh, so gewinnt man Sicherheit, einen Fehler machen zu dürfen und selbst vertrauen. So, schöne Aussagen von Rino, ähm, wichtige Aussagen auch von Rino, ähm, und wir gehen eben Richtung Startelf-Tipp, ne, wir gehen Richtung Startelf-Tipp und ich kann aber mal kurz vortragen, was ich mir so gedacht hab, das wird eben wieder in absolut gar keiner Welt irgendwie richtig sein, wahrscheinlich, ähm, auch hier wieder, ich muss es mir fast, ja, ich schreibe es mir nicht auf, ich muss mir einfach merken, ähm, natürlich auch hier noch den, äh, die, ähm, das Voting, jetzt haben wir es, das Voting im Community-Tab natürlich auch sehr gerne nutzen, wenn ich es reingepillt hab, äh, was ihr morgen tippt, Sieg und Schienen-Niederlage, äh, ich gehe rein hinten mit Müller, ist wieder zurück, also wird er auch spielen, Mafopanas setz ich auch trotzdem mal drauf, wenn er gesagt hat, er ist, äh, wieder zurück im Kader, also gehen wir einfach anders, dass er spielen wird, auf rechts in der Innenverteidigung, in der Mitte, Anton, links könnte Kempf sein, ich pack mal Ito rein, weil ich da auch gar kein Problem damit hab, ich seh null Problem, Ito da reinzubringen, deswegen bring ich ihn erstmal rein, auch wenn es eben Klang am Motto ist, ist ein Fragezeichen hinter Kempf und schieß mich tot für den Kader, da vor Karasor, ähm, links Sosa, dann vor Karasor, Endo und Mangala, wieder doppelt zusammen, ich tippe, ich schieb einfach mal Massimo auf rechts tatsächlich, ähm, in dieser immer so ein bisschen wilden Formation, ihr kennt's ja mittlerweile, wie das auszusehen hat, ähm, Massimo packe ich da rein, weil ich hab jetzt nicht gehört, dass er irgendwie noch weiter krank wäre oder sowas und, ja, mangels Alternativlosigkeit, ne, keine Ahnung, war jetzt gegen Bielefeld natürlich auch nicht das, das, das Gelbe vom Ei so, aber ich will da grad auch aktuell so gemeint, es klingt kein Kulibali und kein Kimovic und nix sehen, deswegen, äh, vor Endo und Mangala packe ich Nidavi und ganz nach vorne auch aus Alternativlosigkeit, weil ich auch kein Al-Gadoui da vorne sehen mag eigentlich, ich kann's mir vorstellen, dass er ihn bringen wird, wie gesagt, es wäre ein sehr, sehr großer Longshot, wenn er wirklich, wirklich TBD-Lockhole von Beginn bringt, es wird mich hart wundern, also ich fände's lustig, ich fände's feierbar, aber ich glaub's nicht, ich glaub eigentlich auch fast nicht dran, dass er das, was ich hier reingepackt hab, nämlich Fahr hier in den Sturmset von Beginn an, weil dafür wirkt's für mich so, dass er immer noch von der Fitness und so scheinbar nicht packt, aber ich pack ihn einfach mal rein, weil, keine Ahnung, ich glaub auch nicht, dass du mit Al-Gadoui da irgendwie, keine Ahnung, die Liga holst in Dortmund, doof gesagt, äh, ja, schwierig, aber das wär so mein Startelf-Tipp, ähm, wir machen noch den Tabellenrechner hier, oder die, die, den gesamten Spieltag getippt, wo natürlich dann meine VfB-Prognose mit drin ist, also heute Abend noch, ähm, Bayern wird in Augsburg hoffentlich gewinnen, 3-0, äh, ich setz den VfB ganz ans Ende, das ist ja morgen Mittag um 15.30 Uhr, Leverkusen 2-1 gegen Bochum, Bielefeld 0-1 gegen Wolfsburg, Gladbach 2-0 gegen Fürth, Hoffenheim 1-2 Niederlage gegen Leipzig, Union und Hertha in ihrem Berlin-Derby trennt sich unschieden 1-1, Freiburg 2-1 gegen Frankfurt und auch Mainz gegen Köln unschieden 1-1 am Sonntagabend und auch der VfB, einfach, weil ich es nicht so gerne hab, gegen uns zu tippen, wahrscheinlich normalerweise müsste ich, hab's ja auch im Pöder-Video gesagt, wie gesagt, gerne nochmal anschauen, das Ding, äh, irgendwie auf 2-1, 3-1 tippen, aber ich tippe mal ganz, ganz optimistisch auf ein 1-1, auch aus dem Talk bin ich so ein bisschen rausgegangen von wegen oder aus dem Gefühl von Dortmundern auch, ähm, mein klar kann man auch sagen, dass es übertrieben war von denen, jetzt ihren Vereinen so schlecht zu reden, quasi doof gesagt, oder vom Gefühl her so schlecht zu reden, ähm, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass da tendenziell was drin ist, wir sind eh schlecht in Dortmund, der Rekordstatistik und so ist natürlich alles auf Dortmunder Seite, logischerweise, aber wir sind da echt normalerweise nicht schlecht dabei, du kannst da auch mal einen Punkt holen mit ein bisschen Glück, ähm, und vielleicht haben wir es jetzt immer wieder, ein bisschen Glück, also, weil Glück in Sachen Kader und alles hat man ja so oder so die letzten Wochen nicht, klar, lassen wir ein Tor gegen Union und sowas, kann man auch ein bisschen als Glück betiteln, ähm, aber keine Ahnung, ich hab tatsächlich so ein bisschen positive Gefühle, positive Vibes, um es so auszudrücken, um Himmels Willen, ähm, dass wir da wirklich auch was mitnehmen können in Dortmund, also ich tippe offen 1 zu 1, ganz, ganz optimistisch, ganz realistisch, verlieren wir es trotzdem irgendwie knapp, also ich glaube, wir werden nicht abgeschlachtet, aber ich glaube, wir werden es knapp verlieren, mit aber einer ordentlichen Leistung in Dortmund, aber hier ganz optimistisch in den Tipp gehe ich mit dem 1 zu 1, damit haben wir die 31er auch gepackt, die 31 Minuten hier in Odessity, wo ich es gerade sehe, langer, langer Lulatschi gewordenes Ding, ähm, sorry für die 3-4 Huster, äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ein bisschen den Vorbericht hier mit drin gehabt, oder Vorbericht, den letzten Teil des Vorberichts quasi, mit Startelf-Tipp und so weiter, hier mit drin gehabt, wir sehen uns dann morgen Mittag im Stream gegen den BVB, stimmt wie gesagt ab, alle Quellen sind am Start und, ja, haut in die Kommentare, was ihr so zu sagen habt zur Folge heute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, vor allem fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.